Mein Name ist Erik und ich bin vor zehn Jahren aus meinem alten Beruf ausgestiegen, um Bestatter und Trauerbegleiter zu werden. Heute begleite ich mit meinen Kolleginnen, Familien, Freunde, Angehörige durch den kompletten Prozess des Abschiednehmens. Hallo Erik. Hallo. Özge87 hat sich gefragt, warum bist du Bestatter geworden? Ich hatte das große Glück, meine 20er eigentlich da zu verbringen, wo man glaube ich als junger Mann oder junge Frau sich gerne auffällt, nämlich in einer Plattenfirma. Das war wirklich toll, aber so um die 30 herum kam so ein ganz kleines Geräusch von hinten, dass ich fragte, sag mal, wie lange möchtest du das machen und wie kann eigentlich ein Beruf aussehen, den ich mache, den ich bis ich alt bin auch gerne mache. Und da habe ich mich nicht als Mensch gesehen, der noch bisher Rentner ist, anderen erklären möchte, was cool ist und angesagt. Und deswegen war es für mich folgerichtig, nach was Neuem zu schauen. Und bis heute ist es interessant, dass am Anfang gar nicht klar war, wo die Reise hingeht. Also hätte mir jemand gesagt, du wirst mal Bestatter, wahrscheinlich hätte ich ihn ausgelacht. Timothy möchte wissen, darf man als Bestatter auch Aufträge ablehnen? Das eine Mal waren das Eltern von einem Kind, das verstorben ist und die kamen aus einem sehr rechtsradikalen Kosmos und das war sofort Teil des ersten Gespräches. Also großer Hass auf den Arzt, der glaube ich einen Migrationshintergrund hatte und ich einfach gemerkt habe, ich kann für diese Menschen nicht so da sein, wie sie es in dem Moment verdient haben, weil ich eventuell auch bewerten würde, was ich als Bestatter eigentlich versuche immer auszuschließen. Meine Aufgabe ist es, nicht zu bewerten, weil Trauermomente sind solche Extreme, dass häufig einfach jeder Seiten zeigt und auslebt, die er sonst nicht zeigt. Aber da war eine Grenze erreicht. Was wir als Team von Anfang an versuchen zu etablieren, ist, dass wir uns gegenseitig ein gutes Netz geben von dem, wo steht denn der Einzelne gerade. Dass bevor jemand von uns in eine Begleitung geht, immer die Frage im Raum ist, kannst du gerade? Ist das ein Fall, den du gerade verträgst? Als Beispiel, ich habe eine vierjährige Tochter und ich würde glaube ich gerade nicht der Beste sein, darin Familien zu begleiten, die ein Kind im ähnlichen Alter verlieren, weil man glaube ich sehr viel spiegelt und dann auch sich selber zu doll mit einbringt. Und wir versuchen halt schon immer, der bestmögliche Begleiter für den Fall zu sein. Und das heißt, dass ich persönlich eigentlich möglichst wenig Befindlichkeiten habe. Auch jetzt nach zehn Jahren stehe ich noch jeden Morgen gerne auf und frage mich, wie kann ich die Situation für Menschen, die jemanden verlieren, verbessern. Und ich sehe noch so viele Baustellen, ich sehe viele Gesetze oder Regelungen auf Friedhöfen, die ich fragwürdig finde. Es gibt immer noch Friedhöfe, wo Jugendliche nicht alleine rauf dürfen, ohne die Begleitung von Erwachsenen, weil man ihnen das nicht zutraut. Und ich hoffe, dass sich da in Zukunft viel ändern wird. Und wir sind Teil, glaube ich, dieser Veränderungsbewegung. Und das ist was, was ich an meinem Beruf liebe. Ich kann quasi in den letzten Jahren, die wir jetzt schon da sind, sehen, was wir alles verändert haben und was wir gemeinsam mit vielen anderen Bestattern und Hospizen und Trauer begleiten bis jetzt erreicht haben. Und das ist eine ganz, ganz große Motivation für mich. Joachim möchte wissen, was ist das Besondere an deinem Bestattungsinstitut? In meiner Ausbildung habe ich unter anderem gesehen, wie schnell Familien auch abgefertigt werden. Und vor allen Dingen, das fand ich viel schlimmer, dass die Fragen beantworten mussten, über die die nicht lange nachdenken können. Denn viele Begrifflichkeiten, mit denen um sich geworfen wird, die kennen die nicht. Was für eine Grabart ist das? Dann muss ein Sarg ausgesucht werden. Und davon haben wir uns quasi komplett verabschiedet. Es gibt seit ein paar Jahren eine Bewegung, wo viele, vor allen Dingen eher jüngere Leute versuchen, einen anderen Umgang mit dem Thema Trauern und Sterben zu schaffen. Und das versuchen wir bei uns im Laden auch. Für mich ist total wichtig, dass Menschen in Prozesse integriert werden, dass sich verabschieden und auch jemanden bestatten nichts ist, was irgendein fremder Dienstleister für mich macht, sondern es ist was, was Menschen für Menschen machen. Und immer wieder bei uns als Frage steht vor allem im Raum, was können Umkreise von jemandem, der verstorben ist, das im besten Falle selber machen. Weil ich bis heute glaube, dass die beste Hochzeit ist nicht die, die irgendeinen Weddingplaner macht, sondern die man mit Freunden organisiert. Und ich glaube, das ist bei Bestattungen ähnlich. Und die werden dadurch, und das ist fast noch wichtiger, auch schon zu einem Teil des Trauerprozesses. Wir haben irgendwann gelernt, dass wir so fast jedes Problem mit Intellekt oder mit Geld lösen können. Beim Tod haut es nicht hin. Und das hinterlässt ganz häufig ein Unmachtsgefühl. Und deswegen ist quasi eine der wichtigsten Besonderheiten bei uns, dass wir immer wieder versuchen, Menschen in Aktivität zu bringen. Was für mich heißt, dass wir zusammen den Sarg bauen. Dass wir zusammen vor allen Dingen versuchen, die Gestaltung umzusetzen. Dass da nichts von uns kommt, wo wir sagen, so ist das richtig, sondern ich eher mit den Familien zusammen spreche. Trichter Alexander Holt möchte wissen, nach welchen Kriterien suchst du deine Mitarbeiter aus? Grundsätzlich schaue ich gar nicht mal immer auf den Ausbildungsstatus der Person. Was mich häufig interessiert ist, ich schätze Menschen, die schon ein bisschen was erlebt haben, die vielleicht auch mal gesehen haben, dass nicht immer alles eitel Sonnenschein ist im Leben. Und last not least ist für mich wichtig, dass jeder bei uns die Ausbildung zum Trauerbegleiter gemacht hat, die man bei verschiedenen Institutionen in Deutschland relativ gut machen kann. Weil das ist so die Hauptkompetenz, die ich von meinen Kolleginnen erwarte. Kimory hat sich gefragt, welcher Fall geht dir nicht mehr aus dem Kopf? Bei mir ist das eine Geschichte, wo ich selber fast so was wie ein Versagen gefühlt habe. Ein junger Mann, also jung, der war ein bisschen über 50, der noch bei seiner Mutter lebte. Die Mutter verstirbt und ich habe im Prozess nicht erkannt, wie depressiv der ist. Und fand irgendwann bei uns im Laden einen Brief, in dem er mir schrieb, dass an dem Tag, wo der Brief bei uns ankommt, er sich am Grab seiner Mutter das Leben nimmt und hat uns quasi das Geld für seine Bestattung in diesen Umschlag gemacht. Und das geht mir bis heute nicht aus dem Kopf, weil ich immer wieder überlege, haben wir irgendwas falsch gemacht? Habe ich das nicht gesehen? Habe ich das nicht wahrgenommen? Also auch so klassische Folgen von, wenn sich jemand suizidiert, nämlich Schuldgefühle. Und die habe ich da in jedem Fall. Und ich glaube, deswegen kann ich diesen Fall oder diese Begleitung auch nicht so richtig vergessen. Gülsarin hat sich gefragt, wie präpariert man eine Leiche? Das gibt in Deutschland eine DIN-Norm, die sagt, wie man eigentlich mit Verstorbenen umgeht. Das sieht vor, dass alle Körperöffnungen verschlossen oder tamponiert werden sollen. Und ich persönlich aber versuche, mit unserem Team möglichst wenig am Verstorbenen zu machen. Wir haben für uns irgendwann festgehalten, dass ich mit einem verstorbenen Menschen all das mache, was ich mit jemand lebendes auch machen würde. Wenn er dreckig ist, waschen wir ihn. Wenn er verletzt ist, verbinden wir ihn. Und wenn er nackt ist, ziehen wir ihn an. Weil ich glaube, dass man nicht anfangen darf, im Tod so etwas wie eine Illusion zu schaffen. Also wir werden ganz selten jemanden künstlich schminken, dass er, ihr kennt das alle, Oma sah im Tod besser aus als zu Lebzeiten. Weil, was wir sehr, sehr häufig machen, dass Menschen nochmal zu uns kommen, uns auch helfen dabei, Menschen auf die Beerdigung vorzubereiten. Und alles geht immer darum, zu verstehen, dass der Mensch verstorben ist. Und ich finde, man darf das auch sehen, dass jemand verstorben ist, ohne jemandem Gruselbilder zu geben. Viele der Regeln, die da existieren, kommen aus Zeiten, wo es darum ging, Hygiene zu halten und die Weiterverbreitung von Krankheiten zu verhindern. Und davon sind einfach viele Regeln für mich mittlerweile nicht mehr wirklich notwendig, solange der Körper in einem vernünftigen Zustand ist. Auch wir werden natürlich schauen, gerade wenn Menschen versterben, häufig verlieren die Flüssigkeit aus dem Mundbereich oder aus der Nase, dass man das stoppt. Das machen wir auch. Aber da geht es eher darum, dass Menschen keine künstlichen Gruselbilder haben. Aber ich wäre zum Beispiel, was Teil dieser Standardvorbereitung ist, dass der Unterkiefer an den Oberkiefer genäht ist. Das ist eine Sache, die ich für mich persönlich ablehne und auch immer wieder Familien erkläre, warum ich es nicht mache, weil das wirklich ein invasiver Eingriff in den Körper ist, der für mich eigentlich nicht notwendig ist. Der einzige Grund ist ein ästhetischer, weil Menschen vielleicht nicht sehen wollen, wie ein Mund aufsteht. Aber das tut er bei Verstorbenen halt manchmal. Timia möchte wissen, was war das Ekligste, was du als Bestatter erlebt hast? Natürlich sehe auch ich häufiger Körper, die schon länger nicht mehr leben, wo sich dann anderes Leben breitmacht. Also ich persönlich muss sagen, dass immer wenn es einen starken Wurmbefall oder ähnliches geht, das nicht unbedingt zu meinen Lieblingsaufgaben gehört. Aber wir sehen das bei uns im Kollegenkreis eigentlich immer ganz toll. Jeder hat Sachen, die er nicht gerne macht. Ich zum Beispiel muss ehrlicherweise sagen, kalte Kacke und Erik werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Da gibt es Kollegen, die das ganz entspannt machen, weil natürlich Leute durchaus nochmal koten, wenn sie verstorben sind. Das passiert nicht bei jedem. Aber manchmal, das ist eine Sache, die ich wirklich ungerne wegmache. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich mit relativ wenig Sachen ein Problem. Was aber grundsätzlich total wichtig ist, Verstorbene sind nichts, was eklig ist. Verstorbene sind nichts, was irgendwie gefährlich ist. Verstorbene sehen in den meisten Fällen auch noch viel länger wirklich gut aus. Und man kann die sich anschauen. Also die Veränderung kommt viel später. Melo Nena fragt, was hast du gedacht und gefühlt, als du zum ersten Mal eine Leiche gesehen hast? Der erste Verstorbene, den ich als Bestatter gesehen habe, der hat mich richtig nervös gemacht. Denn ich habe wirklich gedacht, ich hatte den Plan, ich möchte Bestatter werden. Was passiert aber, wenn ich beim Anblick meines ersten Verstorbenen aus der Nähe anfange zu kotzen, umfalle? Ich war hypernervös, habe mir heimlichen Schnaps eingefilmt und es war nachher fast schon enttäuschend, weil ich habe ja in einem sehr klassischen Bestattungshaus angefangen zu arbeiten. Und der sah quasi aus, als wenn der schläft. Und das fand ich total unnormal. Es war für mich total unnatürlich, dass dieser Körper, der nicht mehr das, was wir als Leben kennen, in sich hat, da liegt. Und so aus, als wenn er gleich die Augen aufmacht und sagt, hallo, ich habe nur geschlafen. Das fand ich eher gruselig. Alina R. möchte wissen, wie läuft so eine Ausbildung zum Bestatter ab? Das erste, was du wissen musst, ist, der Beruf ist in Deutschland nicht geschützt. Das heißt eigentlich, dass quasi jeder Bestatter werden kann. Ansonsten gibt es seit ein paar Jahren eine ganz klassische Ausbildung zum Bestatter oder zur Bestatterin, je nachdem, den man machen kann. Das Schwierige ist eher, wie erkenne ich Menschen schnell in ihrer Situation und ihren Bedürfnissen? Und das lernt man eher als Trauerbegleiter und weniger als Bestatter. Und die wichtigsten Sachen, die man natürlich lernt, ist mein tägliches Werk, ist natürlich Umgang mit Verstorbenen. Wie kleide ich die an? Wie versorge ich die? Wie sorge ich dafür, dass Angehörige im besten Falle diese Menschen nochmal sehen können? Und was natürlich wichtig ist zu lernen, wie hebe ich eigentlich ein Grab aus? Das heißt dann Grabmacher-Technik. Freya Lu hat sich gefragt, wie setzen sich die Kosten einer Bestattung zusammen? Für viele, die an Bestattung denken, denken erstmal an sehr hohe Preise. Ihr habt quasi einen ganz großen Block, das ist der Bestatter. Der nächste große Block, den viele dann immer nicht so richtig auf dem Zettel haben, ist, dass der Friedhof zumeist auch richtig Geld kostet. Es ist so, die einzelnen Bundesländer haben Gesetze, wie lange so ein Grab aufrechterhalten werden muss. Das heißt, es ist eine Frist, wie lange die Urne oder der Körper dort in der Erde sein muss. Und für diesen Zeitraum muss ich als Angehöriger die Stelle auf dem Friedhof pachten und bezahlen. Und ich muss, wenn ich das möchte, bei vielen Stellen geht das, die Stelle gestalten. Und in vielen Gegenden in Deutschland gibt man auch noch sehr lecker Essen zusammen nach der Trauerfeier und bleibt zusammen. Und da kommen schneller mal 10.000 Euro zusammen. Quadratwurst hat sich gefragt, findest du es nicht deprimierend, täglich mit Trauernden in Kontakt zu kommen? Ich sehe ganz viel Liebe zwischen Angehörigen zu dem Menschen, der verstorben ist, aber auch unter denen, die da zusammen trauern. Und das gibt mir immer wieder ein ganz tolles Gefühl, weil ich aus jeder Woche rausgehen kann und sage, ich habe, ohne jetzt besonders esoterisch zu sein, ich habe das Gute gesehen, was mir ein gutes Bauchgefühl gibt. Die Welt ist nicht verloren. JT interessiert, welcher Aspekt ist seiner Erfahrung nach der wichtigste für die Hinterbliebenen? Wir haben bei uns intern so eine Matrix, wie wir Sachen, die wir machen, bewerten. Und ganz oben auf dieser Matrix steht, alles was wir machen, soll helfen zu verstehen, dass der Mensch verstorben ist. Weil das ist die Basis für alles, was da kommt. Was erstmal total einfach klingt, fällt vielen Menschen, die gerade akut jemanden verloren haben, wirklich schwerer als man denkt. Das Gefühl, kann ich die Handynummer von meinem Opa aus meinem Handy löschen oder kann ich wirklich das akzeptieren, was dort passiert ist. Deswegen machen wir ganz viel und damit, wenn man sich so einen Hausbau vorstellt, ein Fundament zu legen. Und der nächste große Schritt für uns ist immer wieder, dass wir sehen, dass jeder so seinen Moment des Abschiednehmens braucht. Weil wir so prozessorientiert arbeiten und immer gar nicht nur auf die reine Abschiedsfeier schauen, kriege ich ganz häufig die Rückmeldung von Trauernden, dass so ganz kleine Momente ihr Moment waren, wo sie gesagt haben, da haben wir Abschied genommen. Sei es der Moment, wo wir Oma zusammen eingekleidet haben oder wie ich erwähnt habe, der Moment im Krematorium, wenn der Körper dort einfährt. Oder häufig auch einfach der Moment, wo jemand noch mal alleine bei jemandem sein darf, der verstorben ist, ist dann häufig der Moment, wo man sagt, da fängt es an zu arbeiten. Larry Lalucca hat sich gefragt, kommen auch Leute für ihre eigene Beerdigung zu dir? Ganz häufig kommen Menschen, die selber schon vorbereiten wollen, was passiert eigentlich, wenn ich mal versterbe. Schwierig für mich und meine Kolleginnen wird es halt häufig dann, wenn man wirklich mit Menschen spricht, die einem sagen, ich werde die nächsten Wochen aller Voraussicht nach sterben. Das ist natürlich etwas, was auch spurlos nicht an einem vorübergeht, wenn man bei Menschen am Krankenbett sitzt, mit denen noch darüber redet, wie die Bestattung aussieht und dann kriegt man eine Woche später den Eindruck, dass man sie jetzt abholen kann. Und dieser Schritt vom Lebenden weg ist etwas, was mich immer wieder berührt und bewegt. Gotti 619 möchte wissen, hattest du auch schon längeren Kontakt mit Hinterbliebenen nach einer Beerdigung? Das kommt immer wieder vor, dass natürlich Menschen, weil wir denen sehr nahe kommen, einem extrem sympathisch sind und sowas wie Freundschaft entsteht. Ich versuche das persönlich durchaus immer ein bisschen von mir fernzuhalten, weil ich möchte nicht ewig in der Rolle des Bestatters sein. Das ist ein bisschen, ohne mich da mit Gleichstellen zu wollen, wie mit Psychologen, mit denen ist man danach auch selten befreundet, weil man immer in so einem Rollenmuster bleibt. Magdalena Theresa fragt, glaubst du ein Übernatürliches? Wir haben ja viel mit Trauernden zu tun und auch mit Menschen, die sterben, die natürlich sich häufig an Sachen klammern und nach Ausflüchten suchen aus der Situation, der sie sind. Da ist häufig Spiritualität oder Religiöses im Raum. Ich persönlich bin leider ein ganz schlimmes Atheistenkind. Ich glaube, dass es Liebe gibt und es ist eine ganz große Kraft, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas gibt, was jenseits von dem ist, was wir wissenschaftlich sehen können. Chrissy Hicks hat sich gefragt, wie gehst du im Beruf mit dem Thema Suizid und Sterbehilfe um? Wir haben dadurch, dass wir ein bisschen offener arbeiten, glaube ich, verhältnismäßig häufig Suizide bei uns im Laden, also Menschen, die freiwillig oder in Krankheit aus dem Leben scheiden und mittlerweile haben wir auch häufig assistierte Suizide oder die ersten, die jetzt kommen. Ich persönlich muss immer aufpassen, weil ich selber so ein, zwei private Erfahrungen mit Suiziden machen musste. Ich bin zum Beispiel, glaube ich, nicht der beste Begleiter. Ansonsten hoffe ich natürlich ganz doll, dass die Regelungen in Deutschland irgendwann so sind, dass wenn Menschen wirklich aus dem Leben oder in ihrem Leben nicht mehr glücklich werden, weil sie sagen, ich habe eine Krankheit, mit der werde ich nicht umgehen können, ich habe Schmerzen, mit denen ich nicht leben möchte, dass die nicht kriminalisiert werden in dem, was sie wollen und dass es einen Weg gibt, klar, den Tod auch wählen zu können als Antwort. Schopto möchte wissen, wie stehst du zu Körperspenden? Was viele nicht wissen, wenn es um das Thema Körperspenden geht, weil es gab eine Zeit, da haben das Leute gemacht, die hatten weniger Geld und dachten, da übernimmt dann die Wissenschaft das Beisetzen, dass in den meisten Fällen heute der Körper danach immer noch beigesetzt werden muss und man zumindest um die Kosten der Bestattung nicht herumkommt. Ansonsten finde ich, dass es eigentlich normal sein sollte, dass ich als Bürger bereit bin, wenn ich schon sterbe, dass ich mit dem, was ich da als Körper übrig lasse, entweder der Wissenschaft helfe oder sogar Organe spende, um anderen Menschen Leben zu ermöglichen. Das sollte für mich eine Selbstverständlichkeit sein. Was Besonderes ist natürlich immer, Menschen zu begleiten, die ich kenne. Und das ist auch was, was ich selbst immer als schwierig empfinde, wenn ich einen Freund neben mir habe oder eine Freundin, die ihren Partner, ihre Eltern, ihr Kind verloren haben und ich die quasi in ihrer Trauer sehe. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, würde ich das gut finden, dass sie woanders hängen? Natürlich nein und deswegen mache ich das dann auch gerne. Aber es ist immer ein ganz dünner Gratmesser, auf dem ich mich da bewege, in welcher Rolle tauche ich da auf? Bin ich da der Freund, Erik, der da ist oder bin ich der Trauerbegleiter? Ich versuche das gerne so ein bisschen indirekt dann häufig einer Kollegin in die Hand zu geben, weil ich wirklich glaube, dass je persönlicher ich mit betroffen bin, umso schlechter bin ich als Bestatter. Rako fragt, gibt es bei Bestattungen so etwas wie Trends, die kommen und gehen? Wir sehen ganz eindeutig, weil wir von Anfang an in unserer Arbeit immer sehr auf Nachhaltigkeit Wert gelegt haben, wie doll auch das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile im Bereich Bestattungen angekommen ist. Die Frage, wie viel Dreck produziert meine Bestattung? Wie kann ich möglichst viel Grün erhalten mit dem, was ich dort mache? Und was wir halt vor allen Dingen als Trend sehen, ist, dass Menschen immer mehr sagen, ich möchte selbstbestimmt mich verabschieden, dass ich mich nicht mehr an Dogmen halten möchte, dass ich nicht mehr Regeln von der Kirche vorgegeben bekommen möchte, wie denn nun Trauer auszusehen hat. Und das ist ein Trend, den ich natürlich mehr als befürworte und unterstütze. Genau wie alle anderen bin ich relativ gut darin, natürlich zu verdrängen, dass ich sterbe. Was ich aber habe, und das hat der Beruf, glaube ich, mit sich gebracht, dass mein Hypochonderdasein mehr als unterstützt wird, denn natürlich kommen zu uns ganz selten Geschichten, die gut ausgehen. Da fangen mit den Rückenschmerzen entdeckt, wird der Lungenkrebs, also häufig sind das Kleinigkeiten, die in diesen Krankheitsgeschichten stehen. Und wenn ich irgendwo einen kleinen Gnubbel an meinem Körper sehe, bin ich der Erste, der zum Arzt rennt und sagt, was ist das? Simon hat sich gefragt, wie möchtest du selbst mal bestattet werden? Ich habe relativ konkrete Vorstellungen, wie ich beerdigt werden möchte. Ich möchte, in Berlin gibt es einen alten, ganz kleinen Friedhof, der quasi so an der alten Mauerlinie entlang geht, der relativ wild ist, der alte Domfriedhof. Und ich möchte auf keinen Fall verbrannt werden. Ich möchte eine Erdbestattung und ich habe die Vorstellung, dass ich bis dahin noch mächtig zunehme und meine armen Freunde, die mich gefälligst tragen sollen, sehr unter meinem Gewicht leiden, während sie meinen Sarg zum Grab tragen. Und ich habe formuliert, dass auf der Trauerfeier bitte nicht so viel gesprochen wird, sondern dass so Filme laufen mit guter Musik drunter, wo vor allen Dingen Bilder drauf sind, wo ich mit meinen Freunden zu sehen bin. Das ist eigentlich die relativ einfache Vorstellung oder den Wunsch, den ich bis jetzt habe. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt gefälligst hier und abonniert den Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, was Christine über ihre Erfahrungen zum Thema NATO zu erzählen hat, dann findet ihr ihre Geschichte hier. Das war der Trauerkiste. Und dann haben wir uns um die Handlung. Dütz nicht wieder. Und dann wird das Video. Und dann wird das Video. Und dann können Sie, dass ich da drauf know.